Eins vorweg, natürlich muss man Sport treiben, um einen durch trainierten Bauch zu bekommen. Ein Sixpack bildet sich nicht im Schlaf und fällt auch nicht vom Himmel. Da haben auch die, Victoria's Secret, Engel ihre nicht her. Doch nun die gute Nachricht, es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man das meiste aus seinen Crunches und Leglifts herausholen kann. Und dafür muss man nicht schwitzen. Sondern einfach nur atmen. Ja, richtig gelesen. Atmen. Pilates-Expertin Carly Andreefs erklärt auf ihrem Instagram-Account, dass es ganz besonders auf die Aktivierung der tiefen Bauchmuskulatur ankommt, Wenn man seine Abs effizient trainieren möchte, dafür muss nur die richtige Atemübung her. Sie erklärt, atme ein und entspanne den Bauch. Atme aus und ziehe deinen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Ziehe deinen Oberkörper mittig zusammen und hebe dein Becken so an, als würdest du vermeiden wollen, zur Toilette zu gehen. Diese Technik soll man kurz vor dem Sport für ein paar Minuten anwenden. Klingt doch eigentlich ganz simpel. Heißt also, aufatmen, wir bekommen doch noch unseren Sixpack. Ach ne, das war, ausatmen.